richtig korrekt wir sind jetzt hier irgendwo angekommen so am ende quasi der straße die bauen jetzt hier eine bar und keine ahnung was noch und auf jeden fall haben die uns direkt bescheid gesagt dass es hier einen wasserfall gibt der ein bisschen versteckt ist aber der weg ist schon einigermaßen vorbereitet ja willst du meine schuhe anziehen um 42 ich halte sie erstmal fest warum was meinst du also ich höre doch wenn irgendwas ist das finde ich schwierig weil ich weiß ich hasse das immer wenn ich in so einem gebüsch stehen bleibe also wir hätten direkt an dem anderen pärchen dranbleiben sollen diese schön ja weil diese schön vorgelaufen sind ja 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 das ist definitiv ein richtiger buschweg gefällt dir der weg? geht so hm schade ja gerade mit den ganzen spinnen die wir schon gesehen haben das ist natürlich unschön und das ist übrigens die markierung die die gelegt haben wenn man folgen soll das ist aber nicht das ist aber wirklich das ist schön ja erstmal zurück zum Himmel meinst du das ist besser? ja ja erst mal zurück zum Himmel Hält sich in Grenzen. Hier hört der Weg auf. Aua. Ne, ich hab wieder in die Spur gefunden. Pfer läuft schon gerne an Gebüten mit fetten Spinnen so durchs Gebüsch. Uh, hier vorne ist das Pärchen. Na, hoppala. Wir haben uns ganz ausgerutscht. Na, hoppala. Wir haben uns ganz ausgerutscht. Das ist ein Wasserfall. Ein sehr klein. Ich weiß, ich dachte es war wirklich groß. Ja, das war was ich dachte. Aber es ist trotzdem schön. Ja. Wie, die sieht es eher aus wie eine Pfütze. Brauchst du hier Hilfe? Weiß ich noch nicht. Wenn wir nicht da gehen gehen. Ja, da kletter ich jetzt über. Germany. Germany, oh cool. Wir waren in Germany, um, like a month ago. In Munich. Munich, ja. Munich ist beautiful. Wir lieben. Ja, wir lieben. Ich bin zu Munich this year, oder last year, für das erste Mal in meinem Leben. Und ich dachte, es ist viel besser, als ich immer gedacht habe. Ja, wir lieben es. Ja. Dann sind wir nochmal da runter. Oder sollen wir hier bleiben? Was sagst du? Ich finde das nicht so spannend. Ich finde das nicht so spannend. Aber erlebt haben wir was. Ja. Ja. Boah. Das ist doch schon mal was. Und was würdest du gerne essen? Gern gerne. Da, wo ich den gestern gegessen habe. Ich fand den schon sehr, sehr gut. Und da würdest du... Ja. Okay. Ich dachte, endlich ist das hier der... Wasserfall. Aber jetzt muss ich nochmal hier hochlaufen. Da wird hier auch nicht viel spektakulärer, glaube ich. Ach, warte mal. Warte, warte, warte. Elli. Ich habe hier einen roten Pfeil gefunden. Ja? Ich habe einen roten Pfeil gefunden. Ich kann fast hinfliegen. Vielleicht entdecke ich ja doch noch was hier. Nee. Sieht für mich irgendwie nicht so aus. Dass ich da lang gehen sollte. Nee. Dann gehe ich jetzt einfach wieder zurück. Willst du da nochmal ins Wasser? Nee. Dann willst du Frieden halt von grenzen, oder? Ja. Kannst du nicht... Keine Ahnung. Hä? Was auch nicht. Ich glaube, ich habe so etwas wie ein Eichwünsche gesehen. Aber ein Ding? Ja. Ja. Ah, nee, nee. Mann, die heißen immer Leguan. Da? Ja, so ein kleiner hier. Ach, witzig. So cool. Was ist der? Ja. Ich versuche es noch irgendwo. Ja, irgendwas hat er gefunden. Kann man ihn sehen? Ja. Ich zieh den mal am Schwann. Nee. Nein, das klappt. Das war groß. Nee, der eine auf, wo war das nochmal? Kolante? Ja. Der war riesig. Ah, süß. Wie der ganze mit seiner Zunge. Wahrscheinlich. Ich glaube, die riechen auch so. Hätte ich jetzt auch vermutet. Man läuft da so süß rum. Es buddelt manchmal ein bisschen zwischen den Blättern. Ja. Es ist bestimmt nach Kiefern oder so. Gar niedlich. Okay, wollen wir weitergehen? Ja, dann sind wir da. Guck mal her. 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 Stopp, starre. Jetzt reagiert er so drauf. Ja, jetzt bewegt er sich gar nicht, weil er so bedingt, dass er getarnt ist. Voll der Kohle. Richtig schön, dass wir sowas hier noch gesehen haben. Also, wir werden noch mal her. Ja, jetzt geht's mal her. Jetzt geht's mal her. Ja, jetzt geht's mal her. Ja, jetzt geht's mal her. jetzt darfst du schon wieder auf den roten drücken jetzt darfst du wieder auf den roten drücken